Wie komme ich jetzt nach unten? Ah, Schachteingang Oh ja, unterbreche ich mich nicht die ganze Zeit Ich glaube, ich brauche ein bisschen Initiative noch Geschwindigkeit oder irgendwas, damit ich schon dazu schlagen kann Das würde mir wahrscheinlich helfen Okay, das sind die Kinder, die Erwachsenen gewesen, verstehe Das ist ja äußerst interessant So ein Objekt Das ist halt... Das Spiel ist leider nicht perfekt, ich habe es erahnt Das merke ich ja schon daran, was ich für einen Aufwand betreiben muss, um die Cutszenen überhaupt aufzunehmen Trotzdem, wenn ich es einmal gespielt habe Okay, die fliegenden Augen geben immer noch in Erfahrungspunkte So, Goldmünzen Zubehör für Fallen Heiltrank Zum Glück kann ich inzwischen einiges tragen Ein Steinbeißer Ein Steinbeißer So, Goldmünzen Kleiner Magietrank Dazu brauchen wir das Fass Da ist noch ein Objekt T-Bomb T-Bomb So Der hat nichts getroppt, okay Troppen fast immer was, deswegen hat es mich jetzt gerade ein bisschen gewundert Alter Die Augen sind plötzlich auch nur noch Level 13 Ich werde das nicht mehr wissen Okay Stopp! 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 Du auch So, Amazonensperre Okay Dann wollen wir mal Kleintippen Uuuuuhh Auf Wiedersehen So, hier ist dann der nächste, den ich retten kann So, hier ist dann der nächste, den ich retten kann Kassentra Kassentra Uuuuhh Bis bald Man, seid ihr gesprächig dafür, dass ich euch gerettet habe Da fehlen mir ja glatt die Worte So, hier ist dann auch noch jemand, den ich rettet habe So, hier ist dann auch noch jemand, den ich rettet habe Okay Wie es aussieht, waren das wohl alle Tja, kriege ich da jetzt noch eine Belohnung für oder so? Wo sind die überhaupt? Wo sind die überhaupt? Das ist ja so jetzt so Ah, hier Kleine Arnie Danke für eure Hilfe Das Entfernen des Christassers Deswegen, äh Habe ich die jetzt nicht alle gerettet? Ich dachte, ich hätte alle gerettet oder gab es noch einen weiteren Weg nach unten? Danke für eure Hilfe Lasst mich die süßen, die süßen Duft der Freiheit genießen Aha Was für ein Albtraum, danke, dass ihr mich aufgeweckt habt Auf Wiedersehen Was war denn hier drinnen? Das, was ich noch nicht gelootet hatte, okay Ist dann jetzt hier der Nächste? Ihr habt mich gerettet, danke Ja, aber scheinbar waren es noch nicht alle Mann Muss es doch noch einen Weg nach unten geben Oh, dieses nervige Ausdauer Erneut geschafft, fabelhaft Vergesst nicht, die Augen offen zu halten für weitere Teile in Nemesis Du kannst mir nichts Neues beibringen Du kannst mir nichts Neues beibringen Aber du kannst handeln, oder? Ja, du hast wieder Gold Und ich hab wieder Schruz Ich hab wieder Schruz, den du kaufen kannst Ich hab wieder Schruz, den du kaufen kannst Ich hab wieder Schruz So, 125 45 2 Gut Genug, ihr könnt nicht von mir erwarten, dass ich mein ganzes Wissen mit euch teile Ich bin bereit aufzubrechen, okay Ähm Tuxleix Ah, du bist das Mensch Dachte mir schon, dass du hier auftauchst Was ist passiert? Frage ihn, warum alle tot sind Dorf hatte Besucher Samuel hat sie gefunden Hab es gesehen, aber konnte nichts dagegen tun Samuel ist hierher gekommen? Er muss uns gesucht haben Dämonen will dich um jeden Preis Ich hab gehört, wie er gebrillt hat, dass sie euch hergeben Arme Brüder Wir wissen immer noch nicht, wo wir diesen Ra'an-Tempel finden können Weißt du den Weg zum Ra'an-Tempel? Ra'an-Tempel? Kann dir der Weg zeigen Willst du dort hingehen? Ja, noch nicht Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist Okay Kannst du mir was beibringen? Taschendiebsteuer, Schlösser, Knackenschleichen, Vergiften Ja, von mir aus So, ähm Bevor ich zum Ra'an-Tempel gehe, denn ich weiß ja nicht, ob das nicht zufälligerweise schon das nächste Gebiet ist Holen wir uns erstmal in meine andere Teleportationspyramide wieder zurück So Und jetzt kommen wir von mir aus zum Ra'an-Tempel Nachdem ich hier auch noch geguckt habe, was es hier Schönes gibt isn't So Do I Es sah ja eigentlich schon fast so aus, als wäre so ein Händler gestorben. Ah ja. Mhm. Ja, was ist denn jetzt? Der Typ ist doch tot. Ähm. Ähm. Okay. Wir laden mal. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Das. 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 Gewandtheitstrank. Goldmünzen. Institutionstrank. Magietrank. Bierflasche. Aleflasche. Aleflasche. So. Das andere ist jetzt nicht so wichtig. Nehmen wir nur das Wichtigste zum Verkaufen mit. So. Ich nehme mal alle Imps wurden getötet, oder? Also. Smaragd. Gewandtheitstrank. Äh. Claymore. So. Seil. Das Waldlöf. Was ist das? Kann ich noch mitnehmen. Die Armbrust. Das. Silberring. Was? Ah. Rubin. 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 Rana-Rüstung. Rana-Rüstung. Handschuhe. Handschuhe. Okay. Jetzt euch den Silberring aus Eisen. Und was hatte ich jetzt aufgesammelt, was ich nicht wollte? Bestimmt so eine Rana-Rüstung. Ja. So. Ich gehe mal davon aus, dass alle Questgeber tot sind. Ja. 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 Ich gehe mal davon aus, dass ich ihn noch mal bewegen kann. Ich gehe mal mit dem Schild, den Tunisritter, damit ich ihn noch mal bewegen kann. Tja. Ja. Also die hauptsächlichen Übschen sind so wahrscheinlich die Überschule tot. Okay. Okay, dann bin ich jetzt der Meinung, dass ich erstmal alles Wichtige habe. So, der Todesretter kann vielleicht nur die Ranalrüstung mitnehmen, wenn er sie tragen kann. Immerhin ist es eine Menge Kohle wert. Okay, mehr kann er nicht tragen. Dann probiere ich es nochmal. Okay, wir können uns beide noch bewegen, glaube ich. Ja, das soll mir reichen. Und für den Fall, dass ich jetzt wirklich in eine neue Cutscene komme und nicht mehr zurückkomme, hätte ich ganz gerne meine Items noch. Das ist mir irgendwie ein bisschen wichtig, damit ich sie später verkaufen kann und Gold mache. So. Tja, Samuel. Hatte ganz schön Probleme gemacht. Gut, Tuxlihix. Willst du jetzt zum Ra'an-Tempel gehen? In Ordnung. Lass uns gehen, ich komme später zurück. Um die Toten zu begraben. Um die Toten zu begraben. Um Ruinen nach wertvollen Dingen abzusuchen. Ah ja, willst du handeln? Du hast nichts zum Handeln. Kannst du mir etwas beibringen? Kannst du mir nicht. Okay, auf Wiedersehen. Na, dann bring mich mal zum Ra'an-Tempel. Also gut, ich zeige dir den Weg. Warte, es kommt jemand. Bis später. Warte, verdammter kleiner Feigling. Asmodeus-Bote. Seid gegrüßt. Ich habe die Ehre, euch zu einem Treffen mit dem Großen Asmodeus einzuladen. Wer ist Asmodeus? Seid auf der Hut. Asmodeus ist ein Erzdämon. So wie Samuel? Asmodeus ist nicht wie Samuel, aber ebenso mächtig. Ich rate zu höchster Vorsicht. Warum werde ich eingeladen? Der Große Asmodeus erwartet eine Antwort von euch. Wollt ihr die Einladung annehmen? Ja, ich nehme sie an. Ausgezeichnet.